Oh, ich möchte nicht hier sein. Ich möchte hübsche Briefe lesen. Alter, wieso chillt er sich nicht? Was hast du denn davon, zu atmen? Was hat er denn vom Atmen? Leben. Ne, da geht die Fackel vielleicht auch. Go into the light. Hier so. Guck, der kann bestimmt nicht krabbeln. So, du wolltest dich ja da hinten rum gucken, ne? Da gibt es hoffentlich nur einen von. Es gibt nur einen von euch und da der eine da hinten ist, kann hier keiner sein. Spiel. Oh, da hast du was zu tun. Der Vater. Oh, letzter Part. Something is wrong with Kira Kulos. I went to ask him about my daughter, but his servants would not let me speak to him. They said he has a fever and that the elephant, yeah, has ordered that no one is to come near him for fear of spreading the disease. Maybe the higher priests are on to us, but there is nothing I can do. I cannot run while she is down there. If nothing changes soon, I will have to go down there and find her myself. Bin ich der Vater und such meine Tochter, die Medusa ist jetzt? Oder hier so ein Krüppelfieh oder? Wieso, das sind doch Notizen. Alte Briefe. Ja, aber vielleicht rennt der hier schon ewig. Wo wolltest du denn lang? Hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Darum ist es eingestellt. Da geht es gar nicht weiter. Ey, du kommst jetzt nicht von da. Give me your fucking chance. Boah, warum denn? Wieso hört dieser Herzschlag mich auf? Hör mal aufs zu leben, Kerl. Guck mal, hier kann man rüberrennen hier. Das heißt, man wird dann hier auch verfolgt und muss und überhaupt und... Maybe. Definitely. Komm, wir sagen dem Kollegen jetzt mal Hallo und gucken mal, wie er aussieht. Ich dachte gerade, das wären seine Beine, ey. Oder, wenn der jetzt noch so einen Herzkoller hat, wenn ich dem Phineer komme oder es genauer sehe, kippt unser Protagonist vielleicht instant um. Andere Seite. Verdammt noch das? Ne, da ist doch zugestürzt. Mach doch mal die Augen auf, ey. Hast du schon Kontaktlinsen drin? I don't know, was sagt denn der Chat? Was gewundert hast du dich? Wolltest du nichts sagen? Ich kann auch nett sein. Ja, Zero, aber nicht was sowas betrifft. Kann, genau. Zero sei mal nett. Ja, ich brauche wirklich mehr Zeit, ne? Du, ihr. Ja, ist ja eigentlich ich. Er ist nur zu Besuch. Ja. Wenn Leckerlis da sind, dann kommt er rum. Ansonsten bin ich ihm egal. Okay, hallo! Kollege! Küsselchen aufs Rüsselchen! Da, ne? Ihr habt das Gefühl, ich spiele eine niedliche Form von, äh, hier, äh, ne? Nicht Alchemilla. Wie heißt das? Ne? Amnesia! Find ich nicht geil. Find ich gar nicht geil. Ich hab so Angst vor dem LP, ne? Ich hab so Angst. Hm. Warum denn jetzt jedes Mal? Ja, ist doch gut. Ich muss aber irgendwie weiter. Guck mal hier. Ich schmeiß die Fackel weg. Guck mal hier. Ich schmeiß die Fackel weg. Klingeln. Ich hab keine Fackel. Wenn ich... Wolltest du nicht hallo sagen? Ja. Aber nicht so übermütig. Das will ich meinen. Äh, ich geh auch alle. Irgendwann. Der sieht mich doch gar nicht. Nö! Der sieht mich doch gar nicht! Deine Mutter sieht mich auch nicht. Wo lang geht's? Ich weiß nicht mehr. Wo lang? Der sieht mich doch gar nicht. Woher weißt du das denn? Laber. Hast du dich schon mal umgedreht? Ne. Mr. Forlout, ja? Mr. Forlout spielt heute auch noch was. Ja. Hatten wir schon mal ne Testaufnahme. Die ist sogar schon auf YouTube. Aber... Die ist nur privat und so. Nur für Leute, die den Link haben. Aber heute spielt er es wieder. Emily wants to play. Emily wants to play with Crunchy. Dann setz ich mich hin und spiele was? Er will grad auf den Film hinaus, den wir geguckt haben. Schleichwerbung? Ne. Ist ja keine Werbung, weil das Video wird ja nie jemand sehen außer dir, Zero. Du hast es gesehen. Ich weiß nicht, ob Mina es gesehen hat. Oh ja, bitte. Ja. Emily wants to play with Crunchy. Oh, und er kriegt sich aber auch nicht. Ah, hi. No. Was ist denn, wenn... Hörst du auf zu husten? Was ist denn, wenn ich eine blaue Flamme an meine Fackel mache? Dann ist die wahrscheinlich auch hoch. Orange, meinst du? Orange, Feuerfarben halt, ne? Hm. Kirschgrün. Geh ich jetzt mit oder ohne Fackel? Nö, hast ja keine mehr. Ach, dann mit. Kannst du die Viecher nicht abschießen? Als ob ich in der Hektik meine zwei Pfeile auch sinnvoll nutzen würde. Ja, ja. Komm, ist nicht mit Gamepad. Mit Gamepad. Ja, Ego mit Gamepad ginge gar nicht. Was? Oh ja, bitte lass den Kleinen spielen, bitte. I like. Ja, bin ganz dafür, sagt Matze. Macht er noch. Kommt dann auch auf YouTube. Aha. Für alle öffentlich Zugänglich. So, Fridolin. Das geht doch nicht. Jetzt kommt wieder die gleiche Sequenz hier, ne? Weil ich einfach nicht vorwärtskomme. Ja. Aber da ist noch eine Fackel. Was? Da liegt deine Fackel, ne? Und? Die war doch fast leer. So, Sequenz. Klappe die dritte. Ich weiß nicht, wohin. Oh, ich hab, ich, lalala. Jetzt kommt er. Ei, 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 ei. Was bist du denn? Das ist denn hier ein, äh, äh, Tyrannosaurus? Das ist Quatsch. Nein, ein Zyklop. Nein, ein, ihr Dingens, ne? Du weißt schon. Ein... Faun. Ein Faun? Ein Faun. Ja. Das heißen doch die, die... Aber doch nicht Faun. Oder? Nee. Kann der andersrum kommen? Der Scheiß. Der Faus ist ein Stier. Ein Stiermensch. Ja, der hat doch auch einen Stierkopf gehabt, oder nicht? Nee, war das nicht ein Stierkopf? Ich hab keine Ahnung. Die grüne Tauren sind breiter und kräftiger. Ich glaub, die haben dann auch einen Pferdeunterkörper, aber ich... Nee, das sind Zentauen. Okay, ich hab keine Ahnung. Ein Faun? Das ist für mich irgendwie... Jetzt geht's hier nicht weiter. Euer Ernst. Kannst du da nicht rumschauen? Du bist ja nicht. Ja. Wie liegt das denn? Guck mal, hier kann man sogar zurück, weil man dann nämlich wieder verfolgt wird. Wetten? Das kann man sich... Genau, Satyr. Oder so. Äh. Die Fackel wollte gerade so halb ausgehen, glaub ich. Das machte so Zischen. Kann ich hier durch? Nein, das sind Steinvorhänge. Da kann ich nicht durch. Hier auch nicht, ne? Oh. Ja, grün ist vielversprechend. Da ist nix. Ich hätte jetzt gelacht, wenn mich was angesprungen werden. Hätte tun machen. Äh. Ne. Ich muss mich nicht mal hinhocken, siehst du? What about some reading stuff, ne? Okay, aber Merkel, sie können sich nicht hinhocken. Das ist doch schon nice, oder? Merkel? Merkel? Merkel, sie können sich nicht hinhocken. Sie können sich nicht hinhocken. BADADA! Meine Oma fährt zum Mühnerstein-Motorrad. Ich geh weiter und da soll ich... Wow, vielleicht... Ich hab keine Ahnung, ich lauf und er speichert, lädt irgendwas. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Auch die Fackel nicht. Laber. Der ist weg. Nee, das ist irgendjemand mit Maske. Du siehst mich gar nicht. Laber keinen Scheiß. Der hat eine Maske mit Geweih auf. Das ist ein Satyr. Aber der hat so komische Öhrchen. Mit der Rufe. Geht das Spiel jetzt weiter dabei? Kann man das Spiel nicht speichern? Ich glaube nicht, dass er... Okay, das behindert. Geh doch mal weg. Ich weiß doch gar nicht, wo hin. Ha, ha, ha. Ja, ja. Ha, ha. Ich würde gerne Pipi machen. Ich mach mal so. Mal so. Hab ich da noch eine? Ich hab keine mehr. Ich hab keine. Kann ich irgendwo hinter, wo ich mal hinpissen kann, kurz. Oh. Hier ist der Weinkeller. Also auf jeden Fall ist... Nö, 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 nö. Mal weg. Ah. 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 Ich muss jetzt echt pissen. Tisch, tisch, ey. Man sieht mich gar nicht mehr. Okay, ich mach so. Wah! Pass auf. Pass auf. Tisch, tisch. Wah! Wie wär's... Wir können ja gleich mal die Gummibärchenlampe aufstellen. Die Gummibärchenlampe. Die Gummibärchenlampe. Und dann kannst du dich mal hier von deinem Hey-DJ befreien. Oh, ich glaub doch noch was. Was denn? Noch ein Kaffee. Kapu. Ja, okay. Mach dir halt noch ein Tee, du Pussy. Okay, guys. Wir machen hier nochmal ein schickes Setup. Einmal Pipi. Und dann... Was? Das ist die neue Funky-Town-Barbie. Sieht doch jeder. Auf jeden. Und dann sind wir gleich wieder da. Und dann gehen wir hier... Hey, ich stich. Ein... Bis gleich. Wieder da. Besseres Licht. Man kann Crunchy wieder sehen. Ja! Äh... Der Ton könnte irgendwie ein bisschen komisch sein. Weil der teilweise irgendwie auch über die Boxen noch rauskommt. Irgendwie ist das so ein Kack... Was ist das für ein Stecker? T-Stecker? Adapter, Gedönster mit zwei Mikro... Äh... Zwei Headsets. Ihr wisst schon. Okay. Geht los! Ja! Ja! Geht weiter. Scheiße. Aber da das Spiel ja ein bisschen länger ist... Zu sein scheint... Ähm... Denk ich, mach ich so bummelig bis um sieben. Und dann machen wir auch noch was anderes, ne? Weil ewig können wir nicht... Ich sag mal... Maximal bis neun. Maximal. Weil morgen ist wieder Schule und so. Also nicht für mich, aber für Püppi. Etc. Und so. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Und hier waren wir ja recht safe. Ne? Aber hier sind auch... Wege. Und wo sind sie gekommen? Von hier? Ne. Wir sind von da gekommen. Wir haben... Keine Fackel. Also bisher... Ist ja nicht so mit Rätseln, wa? Finde ich gut. Ist der Ton wieder lauter geworden? Also... Nicht, dass ich... Ich finde, zu laut war es noch nicht. Hey! Wir haben Ali Schnockis Kopf gefunden. Nja, ah! Na, okay. Fackel! Fackel? Ja. Machen wir die an, bevor wir runtergehen? Machen wir die unten an? Ich geh mit meiner Fackel und meine Fackel mit mir. Ich hab hier ne Katze. Ja. Eine Katzentatze auf meinem Oberschenkel. Die Drecksau. There's a spine. Oder so. Wirbelsäule Dingens. Okay. Okay, jetzt find ich's ungeil. Äh. Hallo? War das nicht... War das hier? Nein. Links nicht. Eigentlich schon. Eigentlich. Ich kann's da nicht anmachen. Ich find das nicht gut. Das find ich nicht gut. Bitte. Thank you. Ach, hier oben wieder schön unten wieder. Bäh. Na. Oh. Da hätt ich anmachen können, aber... What do we have here? Nee. Ich würd gern lesen. Darf ich bitte lesen? Bitte. Okay. Der siebte Part von ihr. One eye is not doing so well. Achso. His hair is falling off and his skin is discolored and cracking. I think the bone song is changing him, but not like it changed me. I am different. I'm different. Yeah, I'm different. Ja. I'm losing my hair too and my muscles age, but I feel stronger than I felt before. Medusa. Find ich nicht gut. Erschreck mich nicht. Wehe. Okay. Ja. I made light and I'm scared of it. Okay, guck mal, die hatten alle keine Haare. Oh, Kerl. Can you entspannen, please? Nee. Jetzt entspannt er sich. Das sind alles Knochen, oder? Mhm. Alles gut. Don't be scared. Also Geräuschkulisse ist schon klasse, oder? Mhm. Oh, Gott, Kollege. Er trägt Windeln. Calvin Klein. Ja. Calvin Kleinwindeln. Wenn man schon stirbt, dann mit's dir. Oh, guck mal, Licht. Wie ist das denn möglich? Wir sind ganz unten. Okay. 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 Warum denn? Fuck, ne Fackel, ey. Wieso schiebt der so Panik in dem Ding? Würdest du nicht? In dem Gang? Grundlos? Nee. Ja? Hätte ich dich heute erwartet. Hätte ich Kuchen darf. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, okay. Mann, gut, hier gibt's keine Fallen. Also noch nicht. Ruhig. Ich möchte nicht rennen. Ich möchte nicht rennen. Ich möchte rennen. Oh, wie ich rennen möchte. Oh, jetzt geht die Fackel aus. Dein Scheiß Ernst. Ah. Mi. Hu. Oh. 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 Ist das nur ne Demo? Tada. Durchgespielt. Wir haben den letzten Zettel von ihr nicht gefunden. Schade. Hm. Dewey. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Ja. Und bis zum nächsten Projekt. Tschüss mitis. Tschüss. Tschüss.